Das Messer ist links und die Gaben ist rechts. Das geht andersrum. Boah, Mia, ganz ehrlich, hab mal deine Scheiss gefrassen! Denkst du ich, du... Fräge mich in die Tische! Nein, mach ich nicht! Du solltest ein Aggressionsproblem machen. Boah, mein Herr kommt, du Idiot! Ruhig, wie kann ich ein? Assen wir jetzt nicht. Es ist nass. Ruhig, ich seh's an. Ruhig, ich seh's an. Ruhig, ich seh's an. Ruhig, ich seh's an. Ruhig, ich seh an. Ruhig, ich seh's an. Ruhig, ich seh's an. Ruhig, ich seh's an. Das war's für heute. Ich dachte, es wäre schon im Gang. Oh, das ist nicht normal. Ich schwöre, wir sind immer alleine in Kieler. Mia ist nie rum, die ist die ganze Zeit am Lernen. Und Stella dreht immer ihre scheisse TikToks in 300 Euro am Tag. Ja, dann sieht man sie auch nicht mehr. Die Julie ist allgemein immer in irgendeiner Lade etwas an Frauen oder so. Nein, wirklich, was ist mit ihr? Irgendwie hat sie sich voll verändert. Hey, ich schwöre schon so. Irgendwie... Ach, es ist auch schwarz. Hä? Ach, es ist auch schwarz vorab. ... 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